Zweites Spiel zu Hause gegen eine gute Mannschaft, klar. Aber wir wollen eine gute Leistung bringen, weil wenn wir noch eine Rolle in dieser Gruppe spielen wollen, es ist Zeit zu punkten und einen Sieg zu erreichen, das ist klar. Das ist ein sehr hohes Niveau. Diese Mannschaft ist Nummer eins in Frankreich momentan und hat zweimal vor ein paar Monaten Dortmund geschlagen. Ja, das meint nicht, wir müssen alle nach vorne spielen. Wie gesagt vorher, wir müssen sehr, sehr kompakt stehen, wenn wir greifen an und wenn wir auch verteidigen, um keine Lücke an diese guten Gegner zu lassen, das ist klar. Wir müssen sehr, sehr diszipliniert spielen. Klar, letztes Jahr hat alles geklappt sehr gut, aber jetzt momentan nicht so gut. Aber das müssen wir mehr arbeiten. Vor allem auf dem Platz zu arbeiten und ein paar Sachen so schnell wie möglich korrigieren, aber es braucht seine Zeit, aber wir werden das sicher schaffen.